Das ist ESL-Niveau jetzt hier, ne? Lol, dein Bus hat sogar Augen, ey. Wie krass. Dun 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 dun. Ich bin der Letzter. Tja. Schon jetzt weiter. Schon wieder Bus. So, jetzt wieder Wind schalten wir. Okay, Leute, bei mir gab's, ja, bei mir gab's gar keinen 3-2-1. Können wir auch nicht. Vielleicht auch nur zu langsam. Ey. Bremst hier? Okay. Jetzt wird jeder da hinterher, ey. Nur süpft ihr ihn nicht, ey. Jeder fährt da hinterher, nur süpft ihr ihn nicht, ey. Marco ist ausgedrückt. Lol. Also da war ich aber jetzt nicht schuld. Ich hab, ne, du warst es auch, glaub ich, nicht. Wie sie einfach jetzt hart abkürzen. Geben hier einfach alle hinterher vor. Ey. Wer ist das? Oh, vergessen zu schalten. Ganz brutal. Ey, die Seitenlage von den Kisten ist der Hammer. Ja, Mann. Was fährst du denn für'n Speed, ne, Lops? Äh. So 150 oder so. Er sagt 140 knapp. Oh, ne, der Bus hat mehr Schräglage als mein Mann ist. Ja, Mann. So, Topspeed ist jetzt. 100, 100, 152. Warum, dass das glaube ich nicht gesehen wird? Ne, aber was sag ich, aber du bist hinter mir irgendwo rüber. Wie sie einfach alle hier unten lang fahren. Bin ich durch die Boxengasse eigentlich schneller? Das ist doch mal ne richtige Herausforderung. Nicht hier um auf Gruppe 3. Ja, Mann. Wir können ja mal Gruppe 1 fahren. Ist auch interessant. Ja, ja. Oh, ne, ich hab geträumt. Peter Josti lang. Oh, Mann, ey. Das ist so hart hier. Da flattern mir die Ohren, ey. Gruppe 1? Was nehmen wir da hier? Komm mal ab. Das ist Gruppe X. Naja, das ist halt zurückreisen. Mann, mein Bus will immer ausbrechen auf der Banking, ey. Marco weiß noch, als wir hier die Strecke mit Tobi mal 30 Runden in Tomacot haben sind. Ja, Lupo. Ja. Was, Lupo? Ja, fick dich. Das ist kalt, Alter. Als ob du jetzt noch kurz von C wieder fahren willst. Wie hat er ne Abkürzungsstrafe bekommen? Wie hat er denn auch noch in die Ecke kommen? Ja. Das war's für heute.